Hallo liebe Kunden, mein Name ist Erwin Elling vom Stabsaugerparadies.de. Ich zeige Ihnen hier, wie einfach es ist, mit dem Vorwerk Kobold 121 Ihre komplette Wohnung zu stabsarmen. Sie lösen den Kabelhalter, Sie drehen den Kabelhalter nach unten, sodass Sie das komplette Kabel in der Hand haben. Sie suchen sich kurz eine Steckdose, so wie ich es jetzt hier mache, damit der Kobold mit Strom versorgt ist, weil ohne Strom läuft selbst der Kobold nicht. Dann haben Sie hier oben im Handgriff den Schalter. Sie brauchen nicht, wie bei vielen anderen Geräten am Boden, irgendwo rumzustellen, zu schalten oder sonst was, sondern hier oben mit geradem Rücken schalten Sie den Stabsauger ein. Ich mache es mal ganz kurz, damit Sie mal hören, wie laut oder wie leise der Stabsauger ist. Der Vorwerk Kobold 121 zeichnet sich durch seine enorme Wendigkeit aus. Sie können um die Kurve fahren, um die eigene Person, um jeden Stolzschrank ganz gleich oben. Der Vorwerk Kobold 121 ist durch seine flache Bauhube so gebaut, dass Sie unter jedem Schrank, Bett und so weiter drunter fahren, staubsaugen, fertig ist das Ganze. Der Vorwerk Kobold 121 hat durch sein 7 Meter Kabel eine enorme Reifweite, sodass Sie im Prinzip von jeder Ecke im einzelnen Zimmer durch das ganze Haus staubsaugen können. Wenn Sie fertig sind mit dem Stabsaugen, eine ganz einfache Geschichte. Sie wickeln das Kabel so wieder auf, wie ich es hier mache. Und das war es dann auch schon vom Kobold 121. Dankeschön! Dankeschön! Dankeschön!